Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wenn der sich im Knast nicht zu Schulden kommen lässt, ist er weg. Was aber, wenn sie wüsste, dass er gar nicht mehr kommt? Wie meint sie das? Ich schreibe ihn. Bist du ein Spitzelschmidt? Ich bin dein Freund. Manchmal denke ich, sie verheimlichen mir doch was. Wir wollten aber aufs Meer. Hier dran darfst du niemals vergessen, warum du rüber wolltest. Niemals.